Dieses Video wurde möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Taschengelddieb. Verpasst nicht diesen Freitag beim Taschengelddieb die Black Friday Aktion, bei der es unter anderem auch ein Warhammer Underworlds Bundle geben wird. Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich endlich mal wieder eine Runde Warhammer Underworlds und zwar mit dem Patrick. Wir haben nach den neuen Narlwood Regeln gespielt. Der Patrick spielt die Hexbanes Hunter und ich spiele den Blutroten Hof. Viel Spaß beim Spiel. Meine Gedanken dazu gibt es wie immer nach dem Match. Patrick's Bande besteht aus Haskell Hexban, gefolgt von Imos Dunbergen, dem stummen Blatter, Brigitte Axwald und den beiden Jagdhunden Grottschnapper und Ratzak. Mein blutroter Hof besteht aus Prinz Duval, Gorath, dem Vollstrecker, Velas von Fane und Ennias, dem Verfluchten. Bemalt wurden die Vampire vom lieben Sebastian, sein Instagram ist in der Videobeschreibung verlinkt und wer weiß, welche Serie hier referenziert wird, der kriegt extra Bion Brezel Punkte. Wir würfeln um die Spielfeldauswahl und ich gewinne den Wurf. Ich wähle das hier zu sehende Spielfeld und Patrick legt seines im Anschluss, so wie er es möchte, an das Spielfeld an. Als nächstes platzieren wir abwechselnd unsere Feature Tokens und drehen sie anschließend um, damit die Nummerierung sichtbar ist und sie damit als Missionsziele gelten. Dann ziehen wir beide unsere Kraftkarten und unsere Ruhmeskarten. Wir würfeln erneut darum, wer entscheiden darf, wer zuerst aufstellt und dieses Mal gewinnt Patrick. Er lässt mich mit dem Aufstellen anfangen und ich bin so oder so durch meine geringere Modellzahl schneller mit dem Aufstellen fertig. Daher bekomme ich beim Startwurf dann einen zusätzlichen Erfolg gutgeschrieben. Den bräuchte ich aber gar nicht, ich gewinne auch so und ich entscheide, dass Patrick die erste Aktivierung bekommt. Bevor die Runde losgeht, bekommt aber noch jeder meiner Kämpfer einen Hungermarker. Das ist eine Sonderregel des Blutroten Hofs. Ab drei Hungermarkern ist ein Modell blutdurstig und bekommt dadurch unterschiedliche Vor- und Nachteile, je nach Charakter. Patricks erste Aktivierung geht an Haskell und er macht mit ihm eine Angriffsaktion. Das heißt, er bewegt ihn ein Stück und feuert dann mit seiner Pistole auf meinen Gorath. Er benötigt Schwerter zum Treffen, verfehlt aber leider komplett. Patrick spielt keine Kraftkarte, ich spiele dafür aber Mighty Strike für plus 1 Schaden bei der nächsten Attackenaktion. Patrick spielt die Karte auf Befehl des Bundes und gibt damit einem seiner Kämpfer ein kostenloses Upgrade. Er gibt damit Haskell das schützende Brandmal, wodurch er einen Verteidigungswürfel wiederholen darf. Außerdem kann er im Kampf nicht unterstützt werden und Attacken gegen ihn können nicht unterstützt sein. Ich aktiviere Gorath und mache mit ihm eine Angriffsaktion gegen Haskell. Ich treffe auf Hammern und habe einen Erfolg, aber Haskell verteidigt sich erfolgreich. Dann spiele ich die List Tenebrous Form auf Gorath, wodurch dieser bis zum Ende der Phase 3 Verteidigungswürfel hat, die auf einem Ausweichsymbol erfolgreich sind. Allerdings kann er auch nicht attackieren und keine Missionsziele besetzen. Patrick lässt sich davon nicht abschrecken und macht mit Amos eine Angriffsaktion gegen Gorath. Er trifft auf Hammern und hat 2 Erfolge und trotz meiner nebulösen Form geht die Attacke durch. Gorath erleidet 2 Punkte Schaden. Und ich darf direkt die Ruhmeskarte Spirited Attempt werten, weil ein Charakter von mir Schaden erlangt hat, aber nicht gestorben ist. Von dem Ruhespunkt kaufe ich mir gleich für Gorath die Marusi-Rüstung, die wenn er angespornt ist, allen Schaden um 1 reduziert und wenn er blutdurstig ist, allen Schaden von 1 komplett negiert. Ich aktiviere Prinz Duval und mache eine Angriffsaktion gegen Haskell. Ich treffe auf Hammern und treffe 2 Mal, das Unterstützungssymbol gilt dabei nicht wegen dem schützenden Brandmal. Der Treffer geht durch und Haskell erleidet 2 Punkte Schaden. Haben wir zuvor vergessen, aber Imos ist sofort angespornt, wenn Haskell Ziel einer Attacke wird. Blatter aktiviert und bewegt sich auf das Handgemenge zu. Und durch seine treue Jagdhund-Regel darf sich Razak jetzt direkt auch noch bewegen. Ich aktiviere Aeneas und mache eine Angriffsaktion gegen Razak. Aeneas trifft auf Schwertern und verfehlt komplett. Patrick aktiviert Brigitte und macht mit ihr ebenfalls eine Bewegungsaktion, gefolgt von Grottschnapper, der ebenfalls die treue Jagdhund-Regel hat und sich in meine Spielfeldhälfte bewegt. Meine letzte Aktion in dieser Runde ist Velas, die eine Angriffsaktion gegen Grottschnapper macht. Sie trifft auf Hammern und die Attacke geht durch. Und die 2 Punkte Schaden reichen aus, um Grottschnapper sanft in den Schlaf zu streicheln. Dadurch wird Razak automatisch angespornt und das gleiche gilt für sein Herrchen Blatter. Und einen Ruhmespunkt gibt es auch erst, wenn ich beide Hunde ausgeschalten habe. Allerdings darf Velas jetzt trotzdem alle ihre Hungermarker entfernen. Und weil Velas zu Beginn der Kraftphase jetzt keine Hungermarker mehr hat, wird sie automatisch angespornt. Ihre Attacken ignorieren jetzt Schilde und Ausweichssymbole und sie ist immer in Verteidigungsstellung. Autsch! Patrick kann in dieser Runde keine Ruhmeskarten punkten und ich ebenfalls nicht und ich entscheide mich eine Karte abzuwerfen. Dann ziehe ich 2 Ruhmeskarten nach und 3 Kraftkarten. Den Wurf um die erste Aktivierung gewinnt für die zweite Runde Patrick. Und alle meine Kämpfer bekommen wieder einen Hungermarker. Amos aktiviert und attackiert Gorath. Dank der Spaltenfähigkeit ignoriert er Schilde und die Attacke geht durch. Gorath erleidet einen Punkt Schaden und Patrick entscheidet sich dazu ihn zurückzudrängen. Ich spiele als Reaktion die List Startling Competence und bewege Gorath damit direkt wieder in Position. Dann spiele ich die Listkarte Bastial Transformation auf Prinz Duval, wodurch seine Attacken Schilde und Ausweichssymbole ignorieren. Die Karte gilt so lange bis Duval ein Upgrade bekommt. Dann aktiviert Duval und attackiert Huskel. Die Attacke trifft, trotz Wiederholungswurf und Huskel wird ausgeschaltet, wodurch Duval seinen Durst löschen kann. Ich bekomme einen Ruhmespunkt und kaufe Ennias das Upgrade Ripping Claws, wodurch er immer zusätzlich einen Schaden nach seiner Attacke macht. Die menschlichen Hexenjäger haben allesamt die Fähigkeit, dass wenn einer von ihnen ausgeschaltet wird, ein anderer ein kostenloses Upgrade bekommt. Patrick gibt damit das verzauberte Hufeisen an Blatter, wodurch dieser einen extra Angriffswürfel bekommt und Ausweichssymbole von Gegnern ignorieren kann. Emus aktiviert erneut und attackiert erneut Gorath. Die Attacke ist wieder erfolgreich und Gorath ist besiegt. Patrick bekommt seinen ersten Ruhmespunkt und wertet außerdem noch Auge um Auge für einen weiteren Ruhmespunkt, weil er ein Ziel ausgeschaltet hat, nachdem sein eigener Kämpfer ausgeschaltet wurde. Und dann spielt er noch an der Spitze des Kreuzzuges, weil er einen Kämpfer ausgeschaltet hat. Damit spornt er Brigitte an und darf noch eine Kraftkarte ziehen. Brigitte selbst bekommt vom ersten Ruhmespunkt dann auch noch gleich ein Upgrade in Form der versteckten Pistole, mit der als Reaktion auf eine Bewegungsaktion geschossen werden kann. Ich spiele den Listenzauber Dark Glamour, da Prinz Duval und der ausgeschaltete Gorath beide Zauberer sind. Ich brauche dafür ein Blitzsymbol und bin erfolgreich und gebe damit Aemos ein Bewegungstoken. Von seinem zweiten Ruhmespunkt kauft sich Patrick noch das Upgrade Tiefsitzenden Narben, wodurch aller Schaden um eins reduziert wird. Und dieses Upgrade geht ebenfalls an Blatter. Ich bin wieder dran und aktiviere Prinz Duval und mache eine Angriffsaktion gegen den zweiten Hund. Moment, das hört sich jetzt an, als würde mir das Spaß machen, aber macht mir definitiv keinen Spaß. Aber ich brauche die Punkte. Also, sorry. Die Attacke ist super erfolgreich und zwei Schadenspunkte reichen auch hier aus, um Razzak auszuschalten. Dieses Mal bekomme ich den Siegpunkt und gebe ihn auch gleich aus, um für Velas das Upgrade Vampiric Speed zu kaufen. Dadurch bekommt sie jetzt, weil sie angespornt ist, plus zwei auf ihre Bewegung. Patrick aktiviert Blatter und feuert mit dessen Armbrust auf Velas. Er trifft auf Hämmern und ist erfolgreich. Velas erleidet zwei Punkte Schaden. Die Armbrust hat Zurückstoßen zwei, d.h. Velas wird drei Felder zurückgestoßen. Velas aktiviert auch gleich und macht eine Angriffsaktion gegen Almos. Auch diese Attacke trifft wieder ziemlich gut und Almos erleidet zwei Punkte Schaden. Außerdem entscheide ich mich dazu, ihn zurückzudrängen. Brigitte aktiviert und macht eine Angriffsaktion, bei der sie mit ihrer Pistole auf Velas feuert. Sie trifft auf Schwertern und verfehlt komplett. Als letztes aktiviere ich noch Enias für eine Angriffsaktion gegen Almos. Er trifft auf Schwertern, die Attacke geht durch und Almos ist Geschichte. Ich entferne Enias Hungermarker und bekomme einen Ruhmespunkt. Zu Beginn der Kraftphase werden Enias und Prinz Duval angespornt, weil sie keine Hungermarker mehr haben. Patrick werte Zweifel säen, weil er einen Kämpfer mit Upgrades ausgeschaltet hat. Ich werte On The Chase, weil einer meiner Kämpfer, in diesem Fall Velas, einen Bewegungswert von 6 oder höher hat. Dann werte ich Recovered Poise, weil mindestens einer meiner Kämpfer angespornt ist und außerdem noch Grave Lords, weil zwei oder mehr meiner Kämpfer angespornt sind. Sorry Patrick. Damit sind wir jetzt bei 8 zu 3 Ruhmespunkten. Ich ziehe noch Kraftkarten nach und Ruhmeskarten. Der Hunger bei meinen Kämpfern steigt wieder und Patrick gewinnt wieder die erste Aktivierung, damit er wenigstens mal irgendwas gewinnt. Brigitte macht eine Angriffsaktion gegen Enias und verwendet wieder ihre Bündelpistole. Da sie an ihr Ziel angrenzt, darf sie jetzt entscheiden, ob sie lieber einen Angriffswürfel extra oder zwei Schaden extra haben will. Patrick entscheidet sich für den extra Schaden und erzielt einen Erfolg und Enias wehrt erfolgreich ab. Patrick spielt Siegel aus Märtyrerblut, wodurch Attacken in der nächsten Runde nicht modifiziert werden können und die Spalten- und Bindenregeln nicht zählen. Ich spiele Blood Vial auf Velas und entferne damit eine Wunde und einen Hungermarker. Dann spielt Patrick noch Gebete der Gläubigen, wodurch ich bis zum nächsten Kraftschritt keine Listen und keine Zauber einsetzen kann. Patrick gibt Brigitte noch die Laterne der Vergeltung für eine spezielle Zauber-Angriffsaktion. Und ich gebe Duval Deathly Majesty, wodurch Attacken gegen ihn Einwürfe weniger bekommen, dadurch verfällt allerdings auch seine Bastial Transformation. Und dann aktiviere ich Duval und mache eine Angriffsaktion gegen Brigitte. Mein unverschämtes Würfelglück will immer noch nicht abreißen und selbst ein guter Verteidigungswurf reicht nicht aus. Aber immerhin kann Patrick die List auf Biegen und Brechen einsetzen, um den Schaden um eins zu reduzieren. Blatter aktiviert und feuert auf Aeneas, er trifft und Aeneas erleidet 2 Punkte Schaden. Patrick verwendet noch die List spitzenmäßiger Argumente für eine Spezialattacke gegen Aeneas, aber die Attacke wird abgewehrt. Aeneas aktiviert und attackiert Brigitte, die Attacke trifft mit Unterstützung und Brigitte wird ausgeschaltet. An dieser Stelle gibt sich Patrick geschlagen und der blutrote Hof geht siegreich vom Feld. Gutes Spiel Patrick! Ja, das war Warmer Underworlds und ja, lief gut für mich. Ich möchte sogar behaupten, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Spielbericht gebracht habe mit dem Patrick, bei dem ich gewonnen habe. Wenn nicht, dann ist das jetzt eine absolute Premiere und ich verstehe auch absolut warum, weil Holla die Waldfee sind die Vampire hart. Also, die sind richtig hart. Einfach zum Kontext, wir hatten tatsächlich auch schon zwei Matches davor gespielt. Einmal, das ist schon ein paar Tage her, da hat Patrick Stormcast Eternals gespielt, auch aus einer von den letzten Seasons und direkt vor diesem Match haben wir ohne Kamera auch noch so ein Warmspiel-Match gespielt, damit wir noch ein bisschen wieder in unsere Decks reinkommen und so. Und, äh, das Spiel gegen die Stormcasts war ähnlich wie das, was ihr hier jetzt im Video gesehen habt. Und das Spiel gegen die Hexenjäger direkt jetzt vor dem Match, was ihr gesehen habt, das war noch brutaler. Also, da habe ich, also, das war so ein richtiger Roffelstomp, wie man das so schön nennt, in Gamerlingua. Und, ja, sie sind schon richtig hart. Und vor allem, ich glaube, ein großer Teil trägt dazu bei, einerseits, die haben wirklich einfach durch die Bank extrem gute Stats. Also, die sind einfach extrem kompetent in allem. Die sind super schnell, halten recht viel aus, weil sie viel Lebenspunkte haben und hauen noch ganz schön hart zu. Und wenn man es mit ihnen schafft, mal irgendwie ein Modell auszuschalten, dann sind sie auch relativ schnell inspired. Und dazu ist das Deck einfach, das mitgeliefert wird direkt. Wir haben ja in beiden Fällen eben diese Rivals-Decks gespielt. Einfach, das funktioniert von alleine. Ich musste da nichts mitmachen. Ich hatte praktisch keine Karte auf der Hand, die zu irgendeinem Zeitpunkt nutzlos war. Und ich glaube, das liegt nicht nur am Glück. Also, ich hatte auch wieder hier ein bisschen Glück beim Kartenziehen. Aber es liegt auch einfach daran, dass da durch die Bank einfach nützliche Karten drin sind, die auch von den Rummiskarten, wo man einfach gut und schnell Punkte machen kann, einfach indem man das Spiel spielt. Einfach, indem man zum Gegner geht und ein bisschen draufhaut. Dann verteile ich hier ein Upgrade. Cool, kriege ich Punkte dafür. Inspire ich einen Kämpfer. Cool, kriege ich Punkte dafür. Inspire ich noch mehr Kämpfer. Cool, kriege ich Punkte dafür. Ich kriege für alles Punkte. Egal, was ich mache. Und das, ja, also, sagen wir mal, sehr einsteigerfreundlich die Bande. Wenn ihr mit jemandem spielt, der vielleicht zum ersten Mal spielt, gebt ihm doch diese Bande. Dann wird er bestimmt noch mal mit euch spielen. Ansonsten würde ich, glaube ich, tatsächlich, keine Ahnung. Also, gegen die Hexenjäger fand ich es ein bisschen tricky. Ich finde die auch cool, weil die haben eine bisschen ausgefeiltere Strategie dahinter. Bei denen geht es, habt ihr vielleicht gesehen, alles um Upgrades. Also, die kann man relativ gut und relativ schnell durch verschiedene Effekte, eben durch diese Verluste und auch durch Kraftkarten mit Upgrades vollpumpen. Und dann werden die auch so richtig hart. Also, wir hatten es tatsächlich in diesem einen Match, wo ich den Patrick so überrannt habe, da hat eben gerade dieses Überrennen dazu geführt, dass eines seiner Modelle, ich glaube, das war Blatter in dem Fall, so richtig, richtig viele Upgrades gekriegt hat. Und das gibt's ja schon länger bei Warhammer Underworlds, diese Deckstrategie, dass man im Prinzip alle Ruhmispunkte, alle Upgrades in ein Modell reinfließen lässt. Und das ist dann so ein richtiges Kampfmonster. Und das funktioniert halt mit den Hexenjägern so richtig gut. Das Problem ist aber gerade gegen die Vampire, dass die halt gerade am Anfang alle auch ziemlich squishy sind. Und das, mit dem eben die Hexenjäger sich selber stärker machen, indem eben einzelne Modelle von ihnen ausgeschaltet werden, macht mich wiederum auch stärker, weil ich damit natürlich Hungermarker abbauen kann und meine Kämpfer inspirieren kann. Und das gilt dann eben auch für die Hunde, für die ich ja normalerweise erstmal, zumindest beim ersten Kill, gar keinen Punktkrieg. Aber Hunger wird dadurch trotzdem abgebaut und dadurch habe ich ein relativ einfaches Opfer, auch wenn es mir echt ein bisschen leid tut, aber um meinen Hunger zu stillen. Und dann werden die eben wieder stärker. Also ich bin mir sicher, die Vampire sind nicht gegen jede Bande so hart, aber sie sind definitiv hart. Die Hexenjäger sind trickier zu spielen. Ich finde es aber trotzdem eine ziemlich coole Bande, allein schon wegen den Modellen. Also das sowieso. Und eigentlich mag ich natürlich auch die Banden und Decks, die so ein bisschen, ja, trickier sind irgendwie. Nichtsdestotrotz, wie es mit Balancing besteht mit Games Workshop, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr großartig drüber sprechen. Manche sind stärker, manche nicht. Und das Spiel selber ist aber immer noch großartig. Also ich spiele es super gern zwischendurch. Und gerade dadurch, dass die Matches so schnell von der Hand gehen, ihr seht es ja an der Länge des Matches jetzt selbst im Spielbericht. Wir haben vielleicht, sagen wir mal, eine Stunde gespielt. Maximum. Mit Kamera und allem drum und dran. Und da sieht man einfach dran, das geht super schnell von der Hand. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal auf die Nase kriegt. Weil, bedenkt, normalerweise spielt man auch tatsächlich drei Matches hintereinander und spielt so ein Best of Three. Dann werden auch hier und da mal so ein paar unglückliche Würfelwürfe wieder ausgeglichen. Weil, darf man auch nicht vergessen, habt ihr vielleicht gesehen, ich habe gewürfelt wie ein junger Gott. Also, das kenne ich, so kenne ich mich gar nicht. Und Patrick hat dagegen wirklich richtig mies gewürfelt. Also, ist nur so bedingt repräsentativ das Ganze. Aber, wie gesagt, Warmer Underworlds. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass diese Woche am Freitag und Samstag im Rahmen der Black Friday-Aktion beim Taschengelddieb, der mir die Narlwood-Box gestellt hat, freundlicherweise, es eine Bundle-Aktion gibt, wo man unter anderem auch ein Warhammer Underworlds-Bundle sich holen kann. Ich weiß leider immer noch selbst nicht, was genau drin sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hexenjäger dabei sein werden. Also, wenn ihr so richtig coole Oldschool-Hexenjäger haben wollt, dann definitiv angucken. Aber generell, haltet einfach Ausschau. Guckt beim Taschengelddieb vorbei, guckt bei ihm auf Facebook vorbei. Da kündigt er jetzt, glaube ich, die ganze Woche die Bundles an, die es dann am Freitag und Samstag geben wird. Und vor allem auch, wann es die geben wird. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die wird es eben über den Tag verteilt geben. Und schaut einfach rein. Coole Aktion. Und da ist einiges abgefahrenes Zeug geplant, von dem ich selber noch nicht so alles weiß. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Patrick vielleicht auch. Mal gucken, ob er nochmal mit mir spielt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns bald wieder. Und greift ein paar coole Deals ab beim Black Friday, egal wo ihr das macht. Und ja, ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.